Ja, let's go! De-confirm-Time! De-confirm-Time! Einmal kurz dafür beten, dass Shantay nicht als Mii kommt. Wenn Shantay als Mii kommt, dann... Bro, dann weiß ich nicht, was ich tun soll. Ich fall um. Jetzt kommen natürlich erstmal die... die Tech-Mis, ne? Aber weh, ich sehe am Ende Shantay. Dann ist vorbei. Der erste De-confirm! Der erste De-confirm! Lloyd! RIP! Rest in Peace an alle, die sich Lloyd gewünscht haben. Ich persönlich... hab mich nicht um den gekümmert, aber... RIP auf jeden Fall an der Stelle. Einfach Lloyd De-confirm! Monster Hunter? Dragonborn, okay. Keine Ahnung, was das ist. Doch, ich weiß, was ist das von Skyrim, oder? Weil die Melodie kenne ich doch. What the fuck? Einfach Skyrim, oder? Ist das dieser... Ah, ja, Dante, genau. Ah, der Name ist mir nicht eingefallen. Oh mein Gott, Jürgen, es werden so viele Leute de-confirmed. Es werden so viele Cutter de-confirmed. Alter, Sakurai haut richtig raus. Dante wurde sich auch von so vielen Leuten gewünscht. Das war's, Leute. Das war's. Das war's einfach. Das war's. Ist vorbei. Es ist vorbei. Smash. Smash wird gedroppt. Stream wird beendet. Mann, Alter. Das ist echt schade einfach. Shantae war noch so der letzte DLC-Karte, den ich mir gewünscht hätte. Auf jeden Fall auch. Shoutouts raus. An Tumbi. Der ist wahrscheinlich auch gestorben, weil Shantae sein Nummer 1 Wunsch-Deal-Zieh war. Auch komplett de-confirmed. Der Mann. Have been won't. Ja, eben. Sakurai weiß es selber. No. Die sind nicht überrascht, Alter. Die hassen gerade ihr Leben, Sakurai. Du hast ihre Träume zerstört. Oh mein Gott, oh mein Shantae. Shantae hätte so ein cooler Fighter werden können. Ja, das war's. Aber eine gute Sache gibt es. Wir wissen jetzt immerhin schon mal, dass es die nicht werden können. Als letzter DLC-Karte. Immerhin kriegen wir einen Song. Und es ist sogar der von Half-Ginny Hero. Ja, Mann. Du, 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 du.